Yo, Gentes präsentiert mehr als nur ein 16er. Pilz, Mutterficker! Nenn mir eine Frau, die rappen kann, ich boxy um und fix die Slut, weil keiner dieser Noten hier das Optimum zu bieten hat. Ich fokussiere mich auf deutschen Rap und finde vieles gut, keep it cool. Aber wer der Rap hat was mit Krieg zu tun, du Gartenzwerg. Junge, halt mir bitte diese Plagen fern, die in erster Linie nur die Kohle sehen wie Dagobert. Und weil jedes meiner Lieder voll in deine Mutter bums, wollen mir meine Freunde den Erfolg nicht gönn im Untergrund. E.P. out now, aber wenn erstmal das Album da ist, ist für viele Rapper hierzulande erstmal Feierabend. Ich bin deutscher Rapper, was sie boykottieren, das war meine Platte auch als Soundtrack. Zu Feuchtgebiete passen, ring mir einen dieser MCs und ich zeig dir, wie man mit Leichtigkeit und Technik deren Styles in den Dreck zieht. P. zu dem I.L.Z. mehr als nur ein 16er. Ich fährstöre die Backpacker, Biatch, ich bin Trendsetter. Ich schau lustig rein, du gehst auf die Barrikaden, ich kann Motherfucking-Attentate à la Kamikaze. Miserere.